Photoshop CC 2020 ist raus und ich habe euch hier heute ein Tutorial vorbereitet, um einen Einstieg zu finden in dieses umfassende Foto- und Bildbearbeitungstool. Ich habe euch einige Bilder mitgebracht, die ich hier vorbereitet habe, die ich euch in der Beschreibung verlinke, damit ihr das, was ich hier mache, einfach nachvollziehen könnt. Und ich möchte mit euch unterschiedliche Techniken angehen, um einen groben Einstieg in das gesamte Tool Photoshop zu bekommen. Und dazu möchte ich natürlich an unterschiedlichen Bildern arbeiten, damit die Techniken, die ich nutze, ein bisschen einfacher zu zeigen sind. Also hier möchte ich auch im Bereich ein bisschen Korrektur, ein bisschen Grundlegendes arbeiten. Hier möchte ich euch ein bisschen auch das Freistellen von Objekten zeigen. Ich möchte auf Filter zu sprechen kommen, auf ein paar fortgeschrittene Techniken und Tricks, was ihr machen könnt. Und ja, hier möchte ich, das habe ich nicht mitgebracht, das könnt ihr einfach so öffnen, ich werde euch zeigen, wie das geht. Hier ein bisschen zeigen, wie man zeichnen kann oder wie man mit Pinseln arbeiten kann. Und abschließend noch ein paar Korrekturen in Photoshop, wie man Bilder korrigieren kann. Wenn ihr im 2D- und 3D-Bereich, in der Grafikerstellung, in der Medienproduktion immer auf dem Laufenden bleiben wollt und interessante Tutorials zugeschickt bekommen wollt, dann abonniert einfach den Kanal und gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren schreiben würdet, was euch interessiert, was ihr als nächstes Video gerne sehen würdet oder was ihr in diesem Tutorial noch anders gemacht hättet und was ihr euch noch mehr gewünscht hättet. Legen wir daher jetzt direkt los. Was ist Photoshop? Photoshop ist ein Tool zur Bearbeitung von Bildern, zur Erstellung von Bildern, von Grafiken, von Illustrationen, zur Bearbeitung von 3D-Objekten im Bereich Texturierung, im Bereich Druck. Hier kann man unglaublich viel machen und man kann das auch sehen, indem man hier über Datei neu, das sind die Formate, die wir jetzt für das Bild haben, das heißt, hier bietet er mir schon eine unterschiedliche Anzahl an Möglichkeiten für den Druckbereich, für den Fotobereich. Das sind alles schon mal vorgefertigte Formate, die man öffnen kann, um einfach die Größe des Bildes zu haben, wie man sie selber braucht. Im Web-Bereich hat man unterschiedliche Formate, ihr kennt das sicher. Im mobilen Bereich, das heißt, wenn ich etwas fürs iPhone gestalten möchte, habe ich unterschiedliche Formate. Und eben auch im Film- und Videobereich Full-HD, 1920x1080 Pixel. Das sind voreingestellte Möglichkeiten, die wir hier einfach anwählen können und dann erstellen können. Und Photoshop ist ein pixelbasiertes Tool, also grundlegend pixelbasiert. Es gibt Möglichkeiten hier auch, mit Faden zu arbeiten. Was aber bedeutet das? Ich schließe das Ganze einmal hier. Wir brauchen das jetzt an der Stelle nicht. Ich kann mir hier ein Bild öffnen, indem ich auf Datei öffnen gehe. Dann wähle ich mein Bild aus. Ich hatte euch die, wie gesagt, vorbereitet. Das hatte ich mir hier geöffnet. Und dann öffnet mir Photoshop das Ganze hier als Bild. Die beiden Ebenen habe ich leider eben zu früh angelegt. Öffnet mir das Ganze hier als eine Hintergrund-Ebene. Wenn ich über Alt und das Scrollrad gehe, kann ich hier ganz weit reinzoomen. Und man sieht, irgendwann wird das Ganze hier einfach zu punkten. Denn die Kamera, ihr kennt das sicher, nimmt mit 24 Megapixel auf oder nimmt mit 48 Megapixel auf. Mittlerweile gibt es Handykameras, die mit 108 Megapixel aufnehmen. Bedeutet eigentlich nichts anderes im Fall von 24 Megapixel, was diese Kamera damals hatte. Dann kann man Bild über Bild, Bildgröße, kann man sehen, 6000 x 4000 Pixel. Das sind 24 Megapixel. Also 24 Millionen Pixel. Pixel sind eigentlich nichts anderes als Bildpunkte. Und diese Bildpunkte habe ich hier. Und ich kann in Photoshop, und das ist der wesentliche Punkt an Photoshop, diese Bildpunkte bearbeiten. Ich kann hier einfach mal, das ist hier übrigens meine Werkzeugleiste, ein anderes Werkzeug anwählen als das Verschieben-Werkzeug. Ich wähle mal das Pinselwerkzeug an. Und mit Alt und dem Scrollrad zoome ich hier mal wieder aus. Und das ist die Größe meines Pinsels. Ihr seht, dass hier ist ein Kreis. Man kann das hier oben sehen. Hier oben sind im Grunde die Eigenschaften des jeweiligen Werkzeuges, das ich auf dieser Seite anwähle. Hier oben habt ihr die Menüleiste. Darüber könnt ihr die wesentlichsten Schritte für das Projekt, die Rahmenbedingungen des Projektes bearbeiten. So. Wenn ich jetzt also mit diesem Pinsel einmal hier ins Bild klicke, seht ihr, ich habe etwas getan. Nämlich mit dieser Farbe hier, die auf dieser Seite angewählt war, einen Bildklecks hier rein gemacht. Ich gehe mit Alt nochmal rein in das Bild und zoome mal ganz stark rein. Ihr seht, die Bildpunkte hier haben sich verändert. Mit STRG und Z kann ich das Ganze rückgängig machen. Und wenn ich hier nochmal klicke, seht ihr, die Bildpunkte habe ich hier einfach blau eingefärbt. Und das ist eigentlich nichts anderes als meine Leinwand, auf der ich arbeiten kann. Ich könnte das Ganze hier natürlich auch blau anmalen. Das möchte ich an der Stelle aber nicht. STRG und Z, STRG und Z. Nochmal auf das Verschieben-Werkzeug. Damit können wir dann erstmal nichts kaputt machen. Doch, wir könnten. Aber wir brechen das an der Stelle erst einmal ab. So. Einen Schluck Wasser für die Stimme am Morgen. Und dann mal weiter. Wir haben in Photoshop mehrere Bereiche. Also das ist erst einmal der Grundlagenbereich, den wir hier über Fenster, Arbeitsbereich, Grundelemente anwählen können. Das heißt, wenn wir uns hier das Ganze kaputt gemacht haben, in dem wir hier mal ein bisschen dran gezogen haben. Oder wir haben das Farbfelder-Element hier rausgezogen. Wir haben die Verläufe hier unten hingezogen. Oder was auch immer. Wir können das Ganze über Fenster, Arbeitsbereich, Grundelemente. Grundelemente zurücksetzen. Einfach zurücksetzen hier. Und Photoshop stürzt nicht ab. Na, Grundelemente zurücksetzen. So. Hat geklappt. Wir können uns also unseren Arbeitsbereich individuell einstellen und bearbeiten, so dass wir die optimalen Rahmenbedingungen für unser Projekt haben. Und Photoshop weiß natürlich, also Adobe weiß natürlich, was die grundlegenden Werkzeuge für das jeweilige Projekt sind und bereitet das Ganze in hier einigen Vorgaben vor. Das heißt, ich kann mir über Arbeitsbereich für den 3D-Bereich schon mal etwas raussuchen. Ich kann mir für den Fotografie-Bereich was raussuchen. Da ist das Histogramm, da ist der Navigator. Ich kann mich hier im Bild zurechtfinden. Ich kann hier ein bisschen rein und raus zoomen. Das sind so die wesentlichen Dinge, die ich dann für den Fotografie-Bereich brauche. Ich habe hier die Korrekturen, zu denen ich auch gleich komme. Und vieles andere mehr. Ich möchte aber im grundlegenden Bereich bleiben. Ich arbeite sehr gerne in dem Grundelemente-Bereich und stelle mir das dann selbst entsprechend meiner Projekte zusammen, so wie ich das brauche. Hier in der Mitte seht ihr jetzt das Bild. Und hier ist der hauptsächliche Bereich, in dem ihr arbeiten werdet. Und ich möchte einmal auf ein grundlegendes Element zu sprechen kommen. Das ist das Fenster. Und dann die Ebenen F7. Einige der großen und wichtigen Fensterboxen haben hier einige Shortcuts dran, damit ihr die schnell öffnen könnt. Das heißt, schnell öffnen könnt. Das heißt, wenn ich hier auf F5 drücke, komme ich auf den Pinselbereich. F6 komme ich auf die Eigenschaften. Hier F7 komme ich zu den Ebenen. Und die Ebenen sind ein wesentlicher Bereich in Photoshop, denn ihr könnt euch das Ganze wie ein Tageslichtprojektor, gut, die meisten von euch kennen keinen Tageslichtprojektor mehr, aber wie durchsichtige, transparente Folien vorstellen. Ich kann hier eine Ebene anlegen und ich habe im Grunde nichts angelegt als eine transparente Folie hier oben drauf. Das heißt, wenn ich hier auf dieser Ebene nun nochmal das Pinselwerkzeug anwähle und etwas hinmale, den blauen Kreis, den wir hier eben schon hatten, dann kann ich hier sehen, dass sich dieser blaue Kreis jetzt auf diese transparente Folie hier drauf gelegt hat. Wenn ich diese transparente Folie ausblende, das ist das Auge hier auf der linken Seite, dann ist es weg. Und ich kann mein ursprüngliches Bild, die unterste Folie, sehen. Das heißt, ich könnte mir hier unterschiedliche Ebenen aufeinander lagern. Ich könnte hier jetzt noch eine weitere Ebene anlegen und dann hier mal eine andere Farbe anwählen und hier hin malen. Und das Ganze würde dann hier auf der nächsten Ebene sein. Ich kann das hier alles ausblenden, wieder einblenden und damit arbeiten. Also wichtig ist, dass man dieses Ebenenprinzip versteht, weil das Ebenenprinzip ist ein grundlegendes Prinzip in Photoshop und man wird in größeren Projekten mit teilweise sehr, sehr vielen Ebenen arbeiten. Ich kann mit diesen Ebenen auch vieles machen. Ich kann beispielsweise die Deckkraft herunterregeln und dann die Bedeutung, also die Auswirkungen dieser Ebene in meinem Projekt beeinflussen. Das heißt, ich lasse gar nicht zu, dass man so viel davon sieht, sondern einfach nur einen bestimmten Anteil an Prozenten für die Ebenen. Also man sieht schon, dass man da interessante Effekte erzielen kann, wenn man möchte. Ich möchte aber diese Ebenen erst einmal an der Stelle nochmal löschen. Dieses Verschlusssymbol ist, dieses Schlosssymbol ist dazu da, diesen Hintergrundbereich zu schützen. Ich könnte ihn jetzt nicht einfach so herkommen und den hier einfach löschen. Das funktioniert nicht. Weiter im Text. Also wir gehen nochmal zurück auf das Verschieben-Werkzeug und können jetzt mit diesem Bild unterschiedliche Dinge anfertigen. Ich möchte nicht auf der Hintergrund-Ebene arbeiten, deswegen drücke ich STRG-J und kopiere mir diese Ebene in eine neue Ebene und kann jetzt auf dieser neuen Ebene arbeiten. Die Hintergrund-Ebene kann ich ausblenden. Das heißt, wenn ich die hier auch ausblende, dann sehe ich hier erst einmal nichts mehr. Die blende ich mir aber zurück ein und hole mir erst einmal den Bereich Korrekturen. Wer den Bereich hier nicht direkt sieht, kann sich das Ganze auch über Fenster und Korrekturen heranziehen und ihr könnt auch hier, wenn ihr Photoshop kennenlernen wollt, noch anfänglicher, noch grundlegender, dann könnt ihr hier die Tools von Photoshop nutzen, um da einmal durchzukommen. Da wird man durchgeleitet mit Klicks im ganzen Bild, mit Aktionen, wie man hier durchgeht und verfährt. Das kann man nutzen, das möchte ich aber jetzt eigentlich nicht. Das kann ich hier schließen. So, mit Korrekturen kommt mir hier ein ganzes Panel an Möglichkeiten auf, was ich hier im Bild verändern kann. Ich kann hier beispielsweise die Helligkeit und den Kontrast verändern. Das heißt, wenn ich das hier hochziehe, dann kriege ich einen heftigen Kontrast da rein und ich kann das Ganze richtig hell oder richtig dunkel machen. Also, das sind auch Dinge, die kennt ihr vielleicht aus eurem Smartphone, wie ihr da schon einige Filter vorbereitet gekriegt habt. Das sind Möglichkeiten, wie ihr jetzt euer Bild hier verfeinern könnt und auf den Bereich ziehen wollt, den ihr es gerne hättet. Und es gibt noch viel mehr Korrekturen. Man kann hier den Farbton, die Sättigung anpassen oder die Sättigung entsprechend das Ganze entsättigen. Man kann die Helligkeit, wenn ihr das Ganze entsättigt habt, irgendwie auch eine Möglichkeit, hier ein Schwarz-Weiß-Bild draus zu machen. Man kann die Helligkeit anpassen. Und dann könntet ihr natürlich auch wieder zurück auf Helligkeit und Kontrast gehen und hier den Kontrast nochmal hochziehen und habt dann unterschiedliche Möglichkeiten, hier das Bild euren Wünschen gemäß anzupassen. Und ihr seht, hier kriegen wir für jedes Mal, wenn wir hier eine Korrektur anwählen, nochmal Schwarz-Weiß drauf, bekommen wir eine neue Ebene, eine neue Korrekturebene, die auch noch hier noch so ein weißes Fenster drauf hat, bekommen wir hier in unser Ebenen-Panel rein. Dieses weiße Fenster ist nichts anderes als eine Maske. Das ist schon ein, ja, sagen wir, fortgeschrittenes Werkzeug, das man in Photoshop nutzen kann. Die ist an die Korrekturebene angebunden. Also hier ist die Korrektur und auf die Korrektur kommt eine Maske. Ich lösche erstmal die ersten drei hier nochmal mit Entfernen, Entfernen, Entfernen. Hier haben wir die Helligkeit und den Kontrast, die wir eben zuerst gemacht hatten. Ich ziehe das Ganze hier ganz hoch. Und diese Maske ist nichts anderes als der Bereich unseres Bildes, in dem wir wollen, dass unsere Veränderung, unsere Korrekturanwendung findet. Das heißt, ich kann hier mal mit Alt und linker Maustaste reingehen. Das ist unsere Maske. Wir sehen das, in dem dieser Bereich jetzt angewählt ist. Und ich kann hier jetzt mal mit dem Pinsel wieder reingehen. Ich verändere mal die Farbe auf Schwarz. Das kann ich entweder über das X tun, indem ich hier Weiß und Schwarz tausche, oder einfach hier tauschen, oder hier anwählen mit einem Doppelklick und dann auf den Bereich Schwarz gehen. Jetzt kann ich hier drinnen einfach mal zeichnen. So. Ich gehe zurück in unser Bild. Unsere Korrektur findet in diesem Bereich keine Anwendung mehr. Das heißt, wenn ich hier raufklicke nochmal, dann springe ich nicht direkt in das Bild, aber ich arbeite trotzdem gerade darin. Man kann das sehen, es hat sich gerade hier verändert. Und wenn ich das Ganze hier schwarz mache, ich kann auch mit Alt und rechter Maustaste den Pinsel vergrößern. Und nochmal hier, also mit linker Maustaste zeichne ich jetzt hier. Einige haben vielleicht ein Grafiktablett, mit dem sie das machen wollen. So. Jetzt ist so ziemlich alles schwarz. Die Korrektur findet keine Anwendung mehr, weil alles maskiert ist. Mit STRG-I kann ich das Ganze komplett umdrehen, das heißt invertieren. Und hier nochmal. Na, das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte auf die Korrektur zurück. Und die Helligkeit wieder ein bisschen herunterregeln. So. Wieder auf V oder oben auf das Verschieben-Werkzeug, damit wir uns hier wieder vernünftig bewegen können. Das einmal zu den Korrekturen. Es gibt hier noch viele, viele weitere Korrekturen, mit denen ihr arbeiten könnt. Aber das sind dann einzelne Themen, die man hier besprechen kann. Es gibt Fotofilter, die man sich hier zurechtbauen kann. Es gibt viele, viele unterschiedliche Schwarz-Weiß-Filter direkt, um ein Schwarz-Weiß-Foto zu generieren. Man kann dann hier individuell die jeweiligen Farbtöne anpassen und sich hier zurechtfinden. So. Den Korrekturen-Bereich möchte ich jetzt weiter erstmal außen vor lassen und nochmal ein bisschen auf die Werkzeuge hier zu sprechen kommen. Wir haben jetzt erstmal nur das Pinsel-Werkzeug und das Verschieben-Werkzeug angesprochen. Ich setze mein Bild noch einmal zurück, indem ich ganz oft STRG und Z drücke. STRG und Z, STRG und Z. Ich hoffe, ich komme nochmal bis zum Anfang. Ja. Ich habe nochmal hier mein Ausgangsbild, STRG, J, um nochmal das Ganze in eine neue Ebene zu ziehen. Ich möchte euch noch ein paar Werkzeuge zeigen. Ich blende nochmal die Hintergrund-Ebene aus und komme nun zu den Werkzeugen hier auf der linken Seite. Photoshop gibt uns eine Menge Werkzeuge an die Hand, mit denen wir arbeiten können. Das Verschieben-Werkzeug könnt ihr euch ganz einfach dadurch erklären, indem ihr hier einfach erstmal eine Ebene aus der Hintergrund-Ebene rauskopiert und dann zieht. Ihr seht, jetzt kann ich es verschieben. Vorher war es verschlossen, vorher war es abgesichert. Ich konnte es nicht verändern. Jetzt kann ich mein Bild aber hier in meinem Rahmen herumziehen, wie ich möchte. Ich könnte mir beispielsweise auch nur das hier anzeigen. Das möchte ich aber nicht. Ich ziehe es mir hier nochmal oben in die Ecke rein. Mittlerweile gibt es in Photoshop auch diese coolen, rosanen Hilfslinien, die mir sagen, wann ich in der Mitte bin, wann ich genau wieder richtig bin. Perfekt, jetzt ist es wieder stimmig. Und ich kann jetzt hier unterschiedliche Dinge verziehen. Ich kann mir auch hier in Photoshop CC mit dem Zeichenflächenwerkzeug eine Zeichenfläche aufziehen, um Elemente hier abzulagern. Das heißt, wenn ich mir hier irgendwie was reinlegen möchte, ich möchte beispielsweise eine kleine Form haben, ein kleines, ich gehe mal hier auf das Rechteckwerkzeug, linke Maustaste gedrückt halten, kann man hier auch unterschiedliche weitere Tools raussuchen. Ich möchte mir hier ein kleines Rechteck reinziehen. Nein, das hat gerade keine Farbe, doch schwarz. Denn, warum schwarz? Das hat nicht geklappt. Verschieben Werkzeug. Ich wähle mein Rechteck an. Ich mache mal hier einen Doppelklick rein. Na, da komme ich doch auf die Farbe. Hier auf Rot und OK. Und ich möchte dieses Element aber gar nicht hier in meinem Bild haben, sondern ich möchte das abrufbereit haben. Dann kann ich mir das hier mit der linken Maus, das einfach in die Zeichenfläche hier reinziehen und gegebenenfalls eben in meinem Bild ziehen. Eigentlich kann ich es mir auch hier hinziehen, aber wenn es ein bisschen größer wäre, STRG T zum Transformieren, dann ein bisschen großziehen und Enter, dann kann ich es mir hier reinlegen und er schneidet mir die Kanten ab, sozusagen eine kleine Tasche, in die ich das reinlegen kann. Ich mag aber weder die Zeichenfläche noch mein Rechteck da haben und habe auch noch mein Bild hier ein bisschen kaputt gemacht. Wie ihr seht, habe ich hier jetzt einen größeren Bereich, als mein Bild eigentlich ist. Dafür gibt es in Photoshop auch ein Werkzeug, nämlich das Cropping-Werkzeug, oder wie heißt es hier? Es ist das Freistellungswerkzeug. Ich kann hier meine Bildgröße ein wenig anpassen. Also ich kann das Ganze hier einfach runterziehen und auf Enter. Dann habe ich meinen Bereich wieder, in dem ich eben gearbeitet habe. Ich könnte mir auch hier einfach nur mit der linken Maustaste einen Bereich anwählen und dann Enter drücken. Dann würde er den gesamten restlichen Bereich abschneiden und auch hier unter Bild, Bildgröße kann man sehen, dass man einfach nicht mehr die 6000x4000 Pixel hat, die man eben hatte, sondern das Ganze runtergeschnitten hat. Wenn ich jetzt aber nicht über das Freistellungswerkzeug, sondern hier über die Bildgröße gehe, 200, dann skaliert er mir auch mein Bild runter. Eben hat er mir das Ganze runtergeschnitten, jetzt skaliert er es auch runter. STRG Z, STRG Z, dann komme ich hier nochmal zu dem Zustand von eben, in dem noch nicht alles kaputt war. Und kommen wir weiter zu den weiteren Tools, die wir hier haben. Vieles in Photoshop funktioniert in Auswahlen. Auswahlen sind dazu gut, um Bereiche des Bildes auszuwählen, mit denen ich arbeiten möchte. Das heißt, wenn ich hier gerne mit diesem Muster hier arbeiten möchte, dann wähle ich mir das Muster aus. Ich könnte dann mit dem Verschieben-Werkzeug diesen Bereich verschieben. Dann schneidet er mir das Ganze hier raus. Unglücklicherweise befinde ich mich gerade in einer Ebene. Das heißt, wenn ich jetzt die Auswahl auflösen würde, ich kann das Ganze hier über Auswahl, Auswahl aufheben, oder aber über STRG D, dann hat er mir das Bildelement hier abgelegt. Und ich habe keinen Zugriff mehr auf diesen Bildbereich, sondern ich habe einfach hier überschrieben, was ich da drin hatte an Bildinformationen. STRG Z, STRG Z und STRG D. Dann haben wir die Auswahl nochmal aufgehoben. Ich kann die Auswahl noch einmal aufziehen mit der linken Maustaste. Und ich könnte jetzt STRG J drücken. Dann habe ich, wie ihr vielleicht sehen könnt, so einen ganz kleinen Bildpunkt. Das ist aber nichts anderes als, wenn ich diesen Bereich ausblende, kann ich es sehen, das, was ich eben angewählt hatte, kopiert in eine neue Ebene. Damit könnte ich jetzt weiterarbeiten. Das nochmal zurück. Diese Ebene kann ich entfernen. Mit Auswahl in Photoshop kann man natürlich viel, viel, viel mehr machen. Viele Personen, wenn man eine Person freistellen möchte oder ein Objekt freistellen möchte. In diesem Bereich kann ich das ganz einfach zeigen. Mit dem coolen neuen Tool aus Photoshop, dem Objektauswahlwerkzeug, das gerade frisch gekommen ist. Wie gesagt, auch in dem Video, was ich gemacht habe für Photoshop CT 2020, ist das gut zu sehen, was man damit machen kann. Man wählt einfach hier mit der linken Maustaste, zieht da diese Auswahl auf über ein Objekt, das man freistellen möchte, wartet einen Moment und Photoshop rechnet für uns und rechnet uns, was wir da eigentlich freistellen wollen. Sieht das Ganze, dass sich das hier abhebt. Die Auswahl ist noch nicht perfekt. Man kann das Ganze korrigieren, indem man hier auf das Schnellauswahlwerkzeug geht. Linke Maustaste gedrückt halten, dann auf das Schnellauswahlwerkzeug oder wir drücken einfach W. Naja, da wir eben hier drin waren im Objektauswahlwerkzeug, geht das nicht. Aber über W würde man hier den Bereich ansteuern. Mit Alt und dem Scrollrad zoome ich hier nochmal rein. Ich könnte hier mit dem Auswahlwerkzeug, mit dem Plus einfach ein bisschen was dazu hinzufügen. Das Gute ist, mit Alt kann ich auch wieder Dinge, Bereiche entfernen. Das ist so ein bisschen automatisch, dieser Bereich, der erkennt Kanten und entsprechend der Kanten fügt er hinzu oder lässt es halt nicht zu, dass es das zur Auswahl hinzugefügt wird. So kann ich mir hier die einzelnen Bereiche korrigieren, die ich haben möchte. Ich könnte auch in den Maskierungsmodus gehen, Q und hier sehen, was meine Auswahl eigentlich wäre. Ich kann hier wieder diese Auswahl ein bisschen anpassen, indem ich das Pinselwerkzeug nehme. Na, Alt drücken, rechte Maustaste ein bisschen ziehen, damit der Pinsel kleiner wird. Und ich kann hier jetzt mit Schwarz Bereiche ausmaskieren. Starung Z, das möchte ich gar nicht. Ich möchte mit Weiß arbeiten, also entweder X drücken oder hier auf dieses Feld oder hier einmal doppelt reinklicken und dann auf den Farbbereich Weiß gehen und dann hier Bereiche anwählen, die ich in meiner Auswahl drinnen haben möchte. Ihr seht, das ist nicht ganz so fein, wie man das eigentlich haben möchte. Aber man kann sehr, sehr fein arbeiten, wenn man beispielsweise die Pinselgröße noch weiter anpasst. Oder, also wenn ich mir hier, ich zoome mal hier rein, ich könnte mir jetzt hier diesen Bereich nur anwählen. Und dann habe ich auch schon eine ziemlich feine Auswahl. Und mit Alt, na, nicht mit Alt, mit Alt hat er mir jetzt gerade hier einen Farbbereich rausgepickt. Das wollte ich gar nicht, hat mir aber den schwarzen Bereich rausgepickt, sodass ich ein bisschen Glück habe. Ich kann das dann hier entsprechend maskieren. Mit X komme ich nicht mehr weit. Ich kann hier einmal auf das Schwarz-Weiß drücken und jetzt auf X, dann kann ich mir hier wieder mein Weiß ranholen und dann die Bereiche zur Auswahl hinzufügen, die ich hinzufügen möchte. Das war ein Stück zu viel. Also X und den Bereich raus. X wieder und dann kann ich hier weiterarbeiten. Also kann ich hier schön meine Auswahl korrigieren und anpassen. Ich zoome nochmal raus. Ihr seht, hier habe ich noch ein paar Bereiche, die ich nicht so fein bearbeitet habe. Ich korrigiere das mal ganz auf die Schnelle. So, das heißt, die Bereiche hole ich mir alle noch dazu. Mit der Alt-Taste und dem Scrollrad, wie gesagt, kann man da in dem Projekt ein bisschen navigieren. Ihr könnt auch hier mit dem Handwerkzeug jetzt hier ein bisschen rüberziehen. Das leidet hier so ein bisschen rüber. Dann wieder mit dem B komme ich auf meinen Brush, auf den Pinsel und kann mir hier die letzten Bereiche, die ich noch drin habe, da ist mir wieder der Fehler passiert. Mit Alt, ähm, so komme ich nochmal hier zurück und Alt nochmal zurück. So, den Bereich hier oben lasse ich einfach. Wenn ich jetzt auf Q gehe, dann habe ich hier meine Auswahl noch immer. Ihr seht, die Bereiche sind in diese Auswahl hineingekommen. Die Auswahl in Photoshop wird immer mit diesen gestrichelten, sich bewegenden Linien, schwarz-weiß dargestellt. Ich könnte jetzt entweder auf eine Maske klicken. Eine Maske würde bedeuten, dass ich alles, was nicht in der Auswahl ist, maskiere. So. Oder aber ich könnte den Bereich entfernen. Was ich nicht will. Steuerung Z. Ähm, dementsprechend, also man kann hier einiges machen mit diesem, mit dieser Maske. Ich gehe nochmal auf Objektauswahlwerkzeug. Das Objekt ist jetzt angewählt. Ich könnte jetzt auch hier auswählen und maskieren. Und dann auf Ausgabe in Ebenenmaske oder in eine neue Ebene. Ich wähle einfach auf Ebenenmaske. Dann erstellt er mir hier meine Ebenenmaske. Ist nichts anderes, als wenn ich hier auch auf Maske gedrückt hätte. So. Und jetzt kann ich hier eigentlich mit Weiterarbeiten. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Bild haben möchte, wo ich einen Strand habe und ich möchte auf diesen Strand ein paar Leute stellen, dann hole ich mir hier einfach neue Ebenen. Beziehungsweise hole mir hier ein paar Bilder, mit den Leuten, die ich freistellen möchte. Das kann ich über Datei Platzieren und Einbetten oder Platzieren und Verknüpfen machen. Platzieren und Einbetten ist in dem Fall wahrscheinlich am Anfang noch ein bisschen sinnvoller, weil ihr dann die Personen direkt hier im Bild habt. Die Bilder auch hier direkt im Projekt habt. Und die Bilder sind nicht irgendwie ausgelagert und nur verlinkt hierauf. Also Platzieren und Einbetten. Ihr holt euch dann die Bilder mit Leuten hier rein und könnt dann diese Leute freistellen. Ich kann jetzt hier beispielsweise mal rüber gehen in mein anderes Projekt. Ein anderes Bild, das ich geöffnet hatte. Steuerung A Steuerung C Also ich Steuerung A zum Markieren von allem zur Auswahl von allem. Ich kann mir auch einfach hier das hier auswählen. Das ist gar nicht so wichtig. Also in linke Maustaste den Bereich, wo diese naja, Nazgul-artige Gestalt drin ist. Hatte ich mal fotografiert. Das war in Salzburg. Steuerung C Dann hier einfach rüber gehen und Steuerung V drücken. Möchten Sie die Farben wirklich in ein Zieldokument mit einem Farbform? Das nicht aktuellen. Ja, das möchte ich. So. Da legt er mir das Ganze in einer neuen Ebene an. Und ich kann jetzt hier mit dem Auswahlwerkzeug Ich gehe mal hier in diesem Fall auf das Schnellauswahlwerkzeug und mache den Pinsel etwas größer mit Alt und der rechten Maustaste und wähle mir hier das Ganze an. So. Das hat Photoshop sehr gut gerechnet. Und ich kann jetzt das Ganze hier mit dem Maske-Tool freistellen und habe hier diese Person Ich kann auch nochmal hier die Ebenenmaske entfernen Ebenenmaske deaktivieren, das geht auch und kann mir hier meine Person ins Bild stellen. Ich könnte auch diese Ebene beispielsweise kopieren indem ich Alt drücke und auf diesem Ding hier klicke und den hier rüber ziehe Steuerung T kann ich das Ganze transformieren also ich möchte den vielleicht ein bisschen kleiner haben den kleineren Bruder Nazgul und mit Alt nochmal rüber ziehen und Steuerung T das Ganze aufziehen hier. Ein interessanter Effekt übrigens. So. Wir haben jetzt nun hier unser erstes Nazgul-Projekt und das war sehr erfolgreich. Ich möchte euch noch ein, zwei kleine Freistellen-Werkzeuge zeigen mit denen ihr arbeiten könnt. Das sind nämlich hier das Zauberstab-Werkzeug Also ich gehe jetzt immer hier in das Freistellen-Projekt und dann gehe ich hier mit linker Maustaste gedrückt halten auf das Zauberstab-Werkzeug zoomen hier ein bisschen raus aus dem Bild und den Großteil meines Hintergrundes anwählen. Ich kann mit der Toleranz einstellen welchen Bereich ich anwählen will 50% gehe ich mal hier und wähle hier einen Bildpunkt an und Photoshop wählt mir 50% mit 50% Toleranz weitere Bildpunkte hier im Bild aus die ich ganz schnell so anwählen kann. Ich drücke nochmal auf Shift um ein paar weitere Sachen zu meiner Auswahl hinzufügen klicke einmal hier und habe jetzt nahezu schon den gesamten Hintergrundbereich mit Shift und weiterer Auswahl kann ich hier fast alles im Projekt freistellen Steuerung Z nochmal ich will gar nichts von dem Nazgut hier dabei haben sondern kann diese Auswahl noch korrigieren indem ich auf das Schnellauswahl-Werkzeug gehe hier mit Alt nochmal ein bisschen reinzoome und mit der rechten Maustaste Alt halte ich ja schon gedrückt mit der rechten Maustaste ziehe ich das Ganze hier nochmal Alt weiter gedrückt halten um mit Minus Dinge von unserer Auswahl wegzuziehen ihr seht, das klappt sehr gut und jetzt kann ich hier einfach auf das Maske-Tool gehen und ich habe eine wunderschöne Maske und mein Nazgut ist weg das kann ich wie gesagt mit Steuerung I da kann ich die Maske umkehren und dann habe ich hier schon einmal grob so ein bisschen ausgewählt ja, was ich da anwählen möchte zu fortgeschrittenen Techniken um zu gucken, was man Cooles machen kann ich habe euch jetzt hier schon einiges an die Hand gegeben und mit dem kann man eigentlich schon ganz gut arbeiten und diese Kuppel hier hätte ich ganz gerne dass sie nah ganz gewesen wäre sie ist ja eher so halb und ich hätte mir das Ganze gewünscht, dass es ganz ist und das können wir hier in Photoshop machen wir können das Ganze hier tricksen und mit Steuerung J hole ich mir erst einmal eine Kopie meiner Ebene ich blende meinen Hintergrund aus und lege einmal direkt los wie würde ich hier jetzt verfahren ich kann mit einem Transformieren-Werkzeug das Ganze hier ein bisschen zurechtrücken diesen Versatz, den ich hier habe dieses Verzerrte, was ich hier habe das Ganze kann ich entzerren indem ich auf Bearbeiten Transformieren gehe und dann Verzerren und dann hier an den Eckpunkten so ein bisschen ziehe ihr seht dadurch kann ich so ein bisschen so ein bisschen rauskriegen was ich da an Drehungen drin habe ist jetzt erstmal nicht wichtig dass der gesamte Hintergrundbereich noch zu sehen ist ich will hauptsächlich eigentlich erstmal nur dass ich so ein bisschen das Ganze hier gerade kriege na auf der linken Seite hatte ich ein bisschen mehr sehen lassen so so ja nicht optimal aber es geht schon einigermaßen und drücke jetzt erstmal Enter dann wähle ich hier mit dem Auswahlwerkzeug diesen Bereich aus drücke auf Entfernen Steuerung D um die Auswahl aufzuheben weil wenn ich hier Steuerung angewählt habe und ich würde beispielsweise mit dem Pinsel hier malen Alt nochmal um den Pinsel aufzuziehen mit der rechten Maustaste und ich male hier Photoshop arbeitet nur in einer Auswahl wenn die Auswahl vorhanden ist wenn eine Auswahl vorhanden ist dann arbeitet Photoshop nur in dieser Auswahl dann hätte ich mir hier auch gleich ein Rechteck reinziehen können in die Ebene das ist nicht was ich gerade aktuell möchte deswegen nochmal Steuerung Z Steuerung Z Steuerung Z die Auswahl auch wieder aufheben mit Steuerung D kann man die Auswahl immer aufheben hier unten kann ich mir auch nochmal den Bereich hier entfernen das brauche ich aber gar nicht weil also ich kann es natürlich entfernen das brauche ich aber nicht Steuerung Z nochmal Steuerung D um die Auswahl aufzuheben weil ich hier das Croppingwerkzeug habe mit dem ich gerne arbeite ich crop das Ganze hier einmal runter bis auf die Kante die ich entfernen möchte Enter und dann kroppe ich das Ganze hier nochmal runter auf diese Kante dann habe ich alles gerade ihr seht an den Kanten ist das eigentlich soweit ganz okay na da oben ist noch so ein bisschen was drin was ich nicht drin haben will bearbeiten transformieren verzahnen ich kann hier an dem Punkt noch ein bisschen das Ganze hochziehen so schick Enter zurück auf verschieben das passt für mich soweit jetzt mache ich das Croppingwerkzeug nochmal an und gehe hier eine ganze Ecke hoch das reicht Enter noch ein bisschen rauszoomen mein Verschiebenwerkzeug anwählen meine Ebene anwählen und jetzt mit Alt und Shift gedrückt halten und das Ding hier hochziehen Shift damit es mir gerade hochzieht Alt damit er es kopiert so jetzt habe ich hier eine neue Ebene mit dem gleichen Bildelement das ich eben hier unten hatte mit Steuerung T kann ich das Ganze transformieren aber eben auch drehen wenn ich 90 Grad haben will 180 Grad haben will muss ich nur die Shift Taste gedrückt halten dann geht Photoshop hier wie in einem Raster rum und hakt an dieser Kante ein Enter und also immer mit der linken Maustaste jetzt ziehe ich mir das Ganze hier hoch und packe das perfekt da dran das hat nicht ganz geklappt wie ich das haben wollte ich ziehe das Ganze hier na da hat noch etwas nicht ganz geklappt ich hatte ja eben ähm das Ganze runtergecroppt also nochmal runtergecroppt und so sah es eben aus so ich scrolle hier hoch und nochmal kurz gucken was ich falsch gemacht habe ich nehme nochmal das Auswahlwerkzeug und wähle mir hier einen minimalen Bereich an das Rechteck Auswahlwerkzeug und den Bereich entferne ich Steuerung D das Cropping Werkzeug nochmal den Bereich ein bisschen vergrößern ich habe eben übrigens die andere Ebene gelöscht äh weil da auch dieser Bereich zu sehen war den ich nicht haben wollte jetzt nochmal Alt und das Ganze hochziehen also ihr seht wenn ich die Shift Taste nicht gedrückt halte dann geht er nicht direkt gerade hoch ich möchte es aber direkt gerade hoch haben setze das hier ran Steuerung T dann drehe ich das Ganze hier mit der Shift Taste wenn ich die im Nachhinein drücke dann rastet der so ein wie ich ihn haben möchte und dann Enter und jetzt mit Alt zoome ich hier nochmal rein und ziehe mir das mal hier genau an die Stelle an der ich es haben möchte zack so und ich zoome hier ein bisschen raus jetzt kann ich nochmal mit dem Cropping Werkzeug das Ganze hier anpassen Enter und auf der anderen Seite ich drücke nochmal aufs Cropping Werkzeug kann ich das Ganze hier ein bisschen runter croppen und dementsprechend dann hier damit das symmetrisch aussieht auch auf dieser Seite und jetzt kann ich die beiden Ebenen mit Shift an wählen zusammen und Steuerung E drücken dann habe ich die auf einer Ebene jetzt bearbeite ich sie zusammen bearbeiten transformieren nochmal verzerren kann ich das Ganze hier so ein bisschen rausziehen Enter und ja so kann ich Stück für Stück dem Ergebnis näher kommen ihr seht hier noch so eine kleine Kante das sind die Punkte die aufeinander lagen und jetzt nicht mehr ganz genau zusammen stimmen das sind so die Wege die ich gehen würde um das Bild zu bearbeiten wenn ihr noch ein paar Ideen habt wie ihr vorangehen würdet wenn ihr noch ein paar Sachen rausfindet schreibt es gerne in die Kommentare allgemein würde ich mich über euer Feedback freuen schreibt einfach in den Kommentaren ein paar Ideen ein paar Anregungen oder was ihr gerne im nächsten Tutorial sehen würdet dann kann ich mich ein bisschen daran orientieren und habe ein bisschen was als Feedback worauf ich aufbauen kann so ihr könnt das Ganze hier natürlich noch weiter verfeinern ihr könnt hier noch weiter daran arbeiten ihr könnt diese Kante hier weg machen indem ihr und das ist ein wesentlicher Bereich in Photoshop insbesondere auch für die Korrektur für Gesichter für die Korrektur von Portrait Fotos da habt ihr diesen Bereich hier den Reparaturbereich ihr habt hier die Möglichkeit mit dem Bereichsreparaturpinsel Bereiche zu korrigieren und ihr seht der macht mir hier die Kante weg oder ihr habt die Möglichkeit hier mit dem ausbesseren Werkzeug Bereiche anzuwählen die nicht ganz stimmig sind und das Ganze dann zu verziehen das sind viele viele Möglichkeiten aber dazu komme ich gleich nochmal an der Stelle im Korrekturen Bereich wie ihr ein Bild korrigieren könnt so kommen wir nun zu den Pinseln ich musste das Ganze hier nochmal aufmachen weil ich eben einiges verhunzt hatte ich wähle mir hier mal einfach einen Pinsel an mit dem Pinsel kann ich mir hier einfach irgendwas ins Bild ziehen ich kann das Ganze auch rückgängig machen weil es einfach nicht so gut aussieht man kann mit Pinseln sehr sehr viel machen in Photoshop man kann ganze Kunstwerke hier zeichnen man kann erstmal hier auch mit dem mit dem Pinselwerkzeug hier anfangen was habe ich denn hier für einen Pinsel angewählt man kann sich hier über das Fenster und die Pinseleinstellungen die Einstellungen zum Pinseln hervorrufen man kann hier auf den Bereich Pinsel gehen und mit irgendeinem Pinsel hier starten man kann diesen Pinsel dann anpassen man kann beispielsweise hier die Streuung des Pinsels anpassen man kann hier sehr sehr viel mit den Einstellungen mal spielen um zu gucken also das ist ein ganz neuer Pinsel den ich mir hier erstelle und solche Pinsel kann man sich dann hier erstellen wie man möchte oder man legt hier bezeichnet den auch als der Super Pinsel und drückt bei dem Ganzen auf OK ich kann hier nochmal eine neue Ebene anlegen das Ganze blende ich mir hier aus und in dieser Ebene möchte ich jetzt einfach mit meinem Pinsel und ich habe jetzt hier unter Pinsel habe ich den Super Pinsel da ist er den Super Pinsel mit dem kann ich jetzt hier zeichnen kann ich jetzt hier mein Kunstwerking klatschen man kann in Photoshop natürlich viel viel mehr machen man kann Pinsel aus Bildern erstellen man kann beispielsweise wenn ich mir hier irgendwie Muster hole oder Formen hole hier ein naja habe ich keine Ebene mehr da ich was soll das denn jetzt ich ziehe mir mal hier so eine Form rein so einen Löwen ich ziehe mir hier mit dem Verschiebenwerkzeug am besten dann noch ein Nashorn rein dann noch eine Giraffe Enter jeweils dann noch eine Giraffe Enter und dann noch ein Rentier so Enter und dann kann ich hier raus einen Pinsel erstellen das heißt wenn ich beispielsweise ein Blatt freigestellt hätte oder was auch immer ich hole das Ganze mal mit hier auf eine Ebene Steuerung E mache meine Auswahl und gehe dann auf Bearbeiten und dann Pinsel Vorgabe festlegen und das ist dann mein Zoo Pinsel Enter dann habe ich jetzt meinen Zoo Pinsel angelegt und kann den hier auch abrufen und wenn ich hier auf Steuerung D drücke dann bin ich aus der Auswahl raus kann mir meine neue Ebene anlegen das blende ich hier einmal aus gehe auf den Zoo Pinsel mache den Pinsel kleiner und kann jetzt hier mit dem eigentlich mal ein bisschen arbeiten ich kann natürlich hier auch bei den Pinsel Einstellungen die Steuerung einstellen und die Anzahl ein bisschen na wo ist es denn die Streuung Steuer die Streuung hier hochziehen heißt ich kann mir hier meinen ganzen meine ganze Serengeti hier rein rein das sind Möglichkeiten die man mit den Pinseln hat es gibt natürlich noch viel viel mehr was man da an dieser Stelle machen kann und ich möchte eigentlich nur noch zu dem letzten Bereich kommen dem Korrekturen Bereich den wollte ich euch ja noch mal ein bisschen detaillierter vorstellen ich wähle mir hier noch mal einen ganz normalen Pinsel an klappe das Ganze hier ein und komme jetzt noch mal auf den Korrekturen Bereich zu sprechen hier unten haben wir na eine Sache habe ich noch vergessen ich entferne noch mal hier die drei Ebenen mit Shift wähle ich mir die an die Ebene blende ich aus und ne die wollte ich ausblenden und eine neue Ebene anlegen mit Shift F5 fülle ich mir die ganze Ebene hier einmal kurz mit Weiß ich hätte auch einfach ein neues DIN A4 Blatt anlegen können ich wollte euch noch mal ganz kurz zeigen was man mit Texten machen kann also in Photoshop kann man natürlich auch viel für den Grafikbereich machen ihr seht schon das ist ein bisschen klein geworden hier ich kann natürlich für mein Textwerkzeug hier in dem Bereich ein bisschen arbeiten indem ich das größer ziehe LORUM IPSUM und ihr kennt diesen Stadthalter Text LORUM IPSUM DOLOR SIT AMED irgendwie sowas müsste das heißen und ich kann diesen Bereich natürlich genau weil es auch eine Ebene ist über STRG T transformieren und hier aufziehen entweder gleichmäßig oder eben wenn ich Shift gedrückt halte dann kann ich das auch in eine Richtung verzerren ich möchte das aber eigentlich möglichst gleichmäßig transformieren Enter drücken wenn ich hier doppelt und dreifach reinklicke kann ich hier in den Text reinkommen das anpassen Enter warum sieht das hier so doof aus gerade STRG A dann kann ich hier den Absatz einstellen 30 ist nicht genug 72 ist auch nicht genug ich glaube der muss noch ein bisschen höher so und dann Enter so jetzt habe ich hier meinen Text mit STRG T kann ich den noch ein bisschen größer machen dann kann man noch alles ein bisschen besser sehen so ich kann mit diesem Text arbeiten ich kann die Farbe verändern und das hat natürlich gerade doch hat eine Auswirkung so ich kann die Farbe anpassen je nachdem was ich gerne haben möchte ich kann das Ganze hier von der Größe her anpassen das ist nicht die Größe die ich haben möchte ich kann den Versatz hier anpassen hat gerade keine Auswirkung so wie auch immer ich kann hier einstellen wie groß der Zeilenabstand sein soll ich kann den Text etwas transformieren und so weiter und so fort es gibt viele Möglichkeiten was man machen kann aber es gibt eben noch die Möglichkeit hier über rechte Maustaste und dann Fülloptionen und das kann man auch mit allen möglichen Bildelementen machen viele 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 coole Effekte noch hinzuzufügen man kann hier über eine Kontur na das ist die falsche Kontur ich möchte hier über Kontur kann ich hier eine Kontur um das Bild setzen das war sogar doch die richtige Kontur also Kontur dann einmal hier außenrum macht er die nach innen na wo ist es denn da innen steht auf außen und dann nach außen eine Kontur drum herum setzen oder ich kann eine Farbüberlagerung vornehmen das heißt ich möchte dass das Ganze nicht dieses Türkis hat sondern ich möchte dass es rot ist und so kann ich mir hier einen Text machen für was auch immer ich kann hier beispielsweise mal das Ganze kopieren und auf meine letzte Folie rüber gehen und das Ganze hier hin doppelt klicken dann wählt er alles aus Rosen auf Holz Kasten das ist jetzt natürlich ärgerlich ich möchte dass er sie anpasst so Gott sei Dank also ihr könnt auch hier wieder nochmal Doppelklick rein ihr könnt hier einfach mal reinklicken und dann mit dem Scrollrad runterscrollen wenn es geht ja also mit dem Scrollrad könnt ihr euch hier durch die ganzen ähm Schriften durchklicken und wenn euch eine Schriftart gefällt STRG T beispielsweise an der Stelle nochmal und hier anpassen das ist jetzt der neue Superflyer äh für die nächste große Veranstaltung ähm Rosen auf Holz Kasten ihr könnt weiter über rechte Maustaste Fülloptionen hier einen Glanz reinbringen also der ist auch wieder nach innen und äh hier machen wir negativ multiplizieren muss auch da äh die Deckkraft höher Abstand ihr könnt einen Schlagschatten reinbringen indem ihr Schatten nach außen macht da ne Schlagschatten kann man hier machen die Deckkraft bisschen höher setzen ich blende mal die Ebene hier aus Abstand etwas überfüllen etwas und da sieht man hier hier an der Kante sieht man den schon mal die Größe kann ein bisschen größer sein ne also da da sieht man den Schlagschatten den wir hier haben wollen ähm man kann hier sehr sehr viel machen das ist aber eigentlich ein eigenes Tutorial probiert euch mal ein bisschen rum probiert es aus und guckt mal was ihr da auf die Beine gestellt kriegt und ähm zuletzt wollte ich noch anmerken dass man mit Filtern arbeiten kann ich habe leider das Bild ah ich entferne das nochmal ich habe das Bild schon geschlossen als mir eben ein übler Fehler passiert ist äh das Filterbild habe ich geschlossen ich öffne das nochmal man kann hier mit Filtern arbeiten über Filter und die Filtergalerie könnt ihr euch eine ganze Riesenmenge an Filtern hier öffnen ich zoome mal hier einmal raus mit Alt und dem Skrorrad und ihr könnt euch hier in der Filtergalerie wirklich ausprobieren ihr könnt alles durchprobieren ihr kennt diese Effekte vielleicht dieses Buntglasmosaik die Größe der Mosaiksteine die Fugenbreite die Lichtintensität ihr könnt hier wirklich viele viele unterschiedliche Effekte erzielen viele die ihr vielleicht auch mit Fotos erzielen wollt und dann einfach auf OK drücken und ihr bekommt es angewendet auf eure neue auf euer Bild ihr könnt auch vorher das Ganze nochmal mit STRG J in eine eigene Ebene auslagern und dann auf dieser Ebene arbeiten so das zu den Filtern nochmal ganz kurz ich schließe das ich will das gar nicht speichern so ich komme jetzt nochmal zu dem letzten Bereich den ich euch zeigen wollte nämlich zu dem Korrekturen Bereich ich kann hier jetzt einfach auf den Bereichsreparaturpinsel gehen und mir hier Bilder des Bildbereiche anwählen und korrigieren ihr seht ein bisschen Magic Happens Photoshop rechnet das einfach raus und korrigiert das Bild ganz toll bei Pickeln im Gesicht oder was auch immer wenn man die unbedingt weg haben muss oder die abstehende Haare am Morgen die kriegt man dann einfach und schnell raus hier kann man einfach so zack sich viele viele Fehler einfach so raus korrigieren man muss aufpassen dass der Bereich nicht zu groß ist weil sonst berechnet Photoshop Bildbereiche mit in die Korrektur ein die ihr gar nicht drin haben wollt STRG Z nochmal um das Ganze rückgängig zu machen ihr habt noch mehr Möglichkeiten an der Stelle das Ausbessern Werkzeug und könnt das Ganze hier so rüber kopieren und dann das Ganze ein bisschen variierend STRG D um die Auswahl aufzuheben um das Ganze variierend zu korrigieren so das sind erstmal die grundlegenden Tools von Photoshop die ich euch zeigen wollte damit ihr euch in Photoshop zurechtfindet mal ein bisschen mit Photoshop arbeiten könnt ich wünsche euch viel viel Spaß dabei hoffe es hat euch gefallen und würde mich sehr sehr über eure Abonnements und eure Likes freuen und freue mich auch wenn ihr in den Kommentaren und Anregungen hinterlasst Feedback hinterlasst und ich antworte euch sehr sehr gerne und freue mich auf ausgiebige Kommentare denke vor öhn das ist das stirbt das auch ich